So, Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück. So, geben wir die Quest ab. Okay, da kriegen wir die neue. Da kriegen wir eine neue. Und bei diesen verletzten... Mana geschöpfter Welbling. Weil hier... Gibt's hier unten irgendwas zu holen? Weil da zwei... drüber Leichsteinkristall. Aha. Ach, und damit kann ich jetzt die Welblinge... wieder auf Vordermann bringen. Wieder beleben. So. Jo, dann gucken wir mal. Da haben wir schon viele. Genau. Hier, den da hinten noch. Genau. Nein! Da will ich. Ach, ich glaube, es geht doch wieder um auf... auf normal Schaden. Komm, den will ich noch, den will ich noch. Okay. So, jetzt... Ich muss mich hier mal um die Welblinge kümmern. Warte mal. Hier. Das lasse ich hier alles außer Acht. So. So. Ja, so geht's doch ganz schnell. Geht doch ganz schnell so. Wie viel brauchen wir denn noch? Ähm... Ähm... Drei. Von denen noch töten. Genau. Hab jetzt einfach mal alles eingesammelt, was geht. Ja, komm. Nehmen wir dir auch noch mit. Was soll's. Ist doch gar kein Problem, oder? Aber danach skille ich wieder um. Auf, äh... Schaden. So, ist besser. Dann nehm ich die zwei hier noch mit. Hatten wir da hinten noch einen? Nee. Vielleicht hier hinterm Baum noch. Sieht aber nicht so aus. Nee. Muss ich mich noch kurz um den hier kümmern. Ups. So. Genau. Machen wir denen noch so ein Ding rein. Na komm. Und dann machen wir hier wieder... Machen wir hier wieder einen auf Schaden. So. So. Runa's. Ah. Ich habe meine Kette. Der Geschmähte. Alle Drachen. Selbstmacht. Der Geschmähte. Nicht Geschmähte. So hat der Sturz von Todesschwingern erheblich geschwächt. Ah, die haben den schon erledigt. Schade. Wäre ich jetzt auch gern... mit dabei gewesen. Aber naja. Kannst du ja nicht alles haben. Wo... ist sie denn? Wahrscheinlich hier... Wahrscheinlich taucht sie dann hier gleich irgendwo auf. Schätze ich mal. So, währenddessen. Ach ja, ich buff mich noch mal kurz durch. So, so und so. Oh, 109 ist er schon. Da... Da ist er schon. Äh, doch. Aber es ist mir eigentlich egal. Moment. Was haben wir da? Was für eine beeindruckende Waffe. Das denke ich auch. Das kann bestimmt sehr schmerzhaft sein. Oh ja. Das kann es. Und du kannst es ja gleich mal selber herausfinden. Ich bringe euch um. Ich reiche euch das Herz heraus. Äh, nee. Das kann ich leider nicht zulassen. Ich ergebe mich. Bitte vergib mir, mein Freund. Es tut mir aufrichtig leid. So. Es tut ihr also aufrichtig leid. Sie hat mir den Verstand vernebelt. Ich hoffe, meine Augen und meine Verzweiflung sind nicht alles, wonach ihr mich beurteilt. Ich bin kein Ungeheuer. Schaut, ich werde es euch beweisen. Ich bin nicht manasüchtig wie diese elenden Kreaturen. Der schaut aber schon ziemlich manasüchtig aus. Schau ihn dir doch mal an. Ach so. Wo ist er eskortiert? Ihn da rüber. Okay. Ja, dann komm mal mit. So, dann eskortieren wir den mal schnell hier rüber. Geschwind, geschwind. Geschwindi, geschwindi. So, Projekt Sound von Senegos. Genau da wollen wir hin. Mit nem geschickten Sprung da rüber. Level up. Hundertdrei. Schulterstücke Schmuck. Es wird Zeit, jetzt hier die Fiole. Titan geschmiedet. Das wird jemand austauschen. Sag mal, mit mir noch Hände. Stücken von Natalas. Lass mich wieder Gutmachung leisten. Ich werde meinen rechnmäßigen Platz zurückfahren. Sehr schön. Dann auf nach Zarkena. Nach Zarkena. Und nach denen wir und Freunde wiedersehen werden. Runas. Um sie zu töten, weil sie euren Drachen verletzt haben. Aha. Nicht wie ich. Ich habe eine einsame Distriktion. Der führt doch irgendwas im Schilde. Ein Manakristall. Einen Moment kurz. Nein. Das bringt euch nach Asuna. Sollt ihr nur zu besuchen, oder? Wird dieses Wesen je aufzureden? Entschuldigt, Edler. So, nicht zu retten. Bonusziel. Wir sind da. Ich kenne Geheimnisse, wie euch das wirkt. Okay. Aufgeladenes Mana-Juwel. Seid ihr hier, um einen Mana zu stehlen? Nee. Nun denn. Nehmt eine Kostrolle. Nachtsüchtiger. Hunger leider. Hunger leiderin. Fanatiker. Verdorrter Fanatiker. Ja, wenn die so eine Fähigkeit hätten, wie ich als Blutelf. Akana Strom, dass sie einfach das Mana aus der Luft saugen könnten. Und da wären sie aber glücklich. Oh, warte. Lass mich dir helfen. Genau. So. So. Und dann der letzte Schlag. So ist das nun mal, Kollege. Wo müssen wir denn... Was müssen wir denn... Tis... T... Tindrisen. Tindrisen töten. Tindrisen. 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 So. Einen Arcan-Schlag kannst du mal für dich behalten. Tindrisen. So, ich brauche nur ein aufgeladenes Mana-Juwel. Wer winne ich doch gar nicht. Tindrisen. So. Kriegen wir von denen auch noch eins. Jawoll, ja. Komm, denen helfen wir auch noch mit. Vielleicht... Ne. Leider keins. Leider nicht. Sind jetzt wirklich drei Paladine hier? Ja, ne? Ja. Ah, hier. Leica... Ne? Leihkondensator. Helfe ich den auch mal mit? Genau. Weil wir haben ja immer noch das Bonus-Ziel. Ich glaube, wir müssen dort hoch. Habe ich so die Vermutung? Irgendwie. Aber fürs Bonus-Ziel nehme ich den natürlich auch noch mit. Ist ja klar. Ach, okay. So, ich schätze dann mal... Der hockt hier oben. Äh... Nö. Wieso hockt der nicht hier oben? Fuck. Oh, da ist ein Rearmob. Entfesselter Riss. Okay. Den hat sich wahrscheinlich der andere Paladin geholt. Komm ich hier durch? Ja. Ja, ich... Ähm... Ja! Den muss ich dann wahrscheinlich später töten. Jetzt als erstes muss ich, glaube ich, noch mal dort runter. Aber die nehme ich auch noch mal mit. Wegen... Drei... Prozent. Die sie mir geben. Ist jetzt nicht gerade das, äh... Meiste, aber... Es ist etwas. So, wo finde ich denn jetzt den Typen? Hier gibt's wahrscheinlich keinen Eingang. Hab ich so die Vermutung. Aber da unten könnten wir uns den Rearmob gleich holen. Rissgespenst. Ja, komm mal her! Komm nur her! So. Göttlicher Sturm. Schade, dass wir hier keine Weihe haben als... Ähm... Vergeltungspaladin. So. Oh, der... Da. Der hat Schaden gemacht. Der Angriff hat Schaden gemacht. So. Schnauze! Die machen aber... Naja... Viel bringen die jetzt auch nicht, oder? Diese Blutritter, die ich hier rufen kann. Aber ich will... Ich will jetzt mal nix sagen. Sie erfüllen ihren Dienst. So, was ist das denn? Akana-Zustrom. Der Vorsitzende ist der nächste Angriff ist um 20% erhöht. Cool. Wie komm ich denn jetzt hier raus? Hier. Ich zieh die einfach mal mit. Das war der. Den hatten... Den haben wir schon. Ja, wo ist jetzt der andere? Wahrscheinlich dort unten drinnen. Scheiße. Oh, da ist auch eine Truhe. Sehe ich gerade. Na komm. Weg da. Ich kümmere mich mal um den Großen hier. Oh. Hopp. So. Easy. Wo ist der andere denn jetzt hin? Ach, der ist immer noch da. Was kann ich denn damit machen? Nichts. Okay. Okay, ähm. Was das jetzt... Was ich jetzt mit den, äh... Was auch immer. Mit diesem Konstrukt, äh... Angestellt hab. Das... Weiß ich jetzt immer noch nicht. Keine Ahnung. Irgendwas Besonderes hab ich ja auch nicht eingesammelt. So, dann schnapp ich mir mal die Truhe. Ja. Und jetzt? Und jetzt? Gehen wir halt wieder. Was hab ich denn hier eingesammelt? Ah. Wo ist der denn? Tindrissen. T-Tindrissen. Ist der da drüben? Aber der ist doch viel zu weit weg. Kann ich dort hoch? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ich... Ich... Schau mal dort drüben. Vielleicht ist er ja hier. Da kommt... Oh. Oh, was ist das denn? Ich kann's nicht anvisieren. Da ist er doch. Tindrissen. Kollege. So. Dann helfe ich den nochmal kurz mit. Oder er hilft eher mir. Wie es aussieht. Genau. Na komm. So. Was kann... Energiekern? Bringt denn hier was? Nein. Ach, Bewegungsgeschwindigkeit und äh... Andere Dinge sind erhöht. So. So. Mach den Kopf zu, Junge. Blutritter. Steht mir bei. Angriff. Das ist zu langer. Freigeben wir Kern. So. Na komm. Komm, 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 komm. Haben wir doch gleich. Nehmt euch meine Leutnants vor. Ihr haltet euch wohl für sehr schlau. Ja. So ist das. Bereit zur Abgabe. Ach, okay, hätte ich gleich normal aufsetzen können. Toll. 85. 88. Okay, dann haben wir das auch gleich. Dieses Bonus-Ziel. Mal schnell Quests abgeben. In die Höhle müssen wir wahrscheinlich auch nochmal rein. Genau. 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 Vielen Dank.